Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die schwarzfallrobuste Telekommunikationsanbindung im Smart Metering-Kontext. Also, dass wir im Worst Case, im absoluten Blackout, in der Lage sein wollen, praktisch die Fernansteuerbarkeit von verschiedenen Anlagen noch möglich zu machen. Zum Beispiel, dass eine Erzeugungsanlage dann passend erzeugen soll, um das Netz dann wieder mit einzuspeisen und Verbrauchsanlagen sollen vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise dann erst verbrauchen, so niedrigschwellig, dann erst hochfahren, damit das Gesamtnetz nicht überlastet wird. Solche Geschichten würden dahinter stecken, ist aber natürlich eine absolute Worst Case Leistung, die wir aber trotzdem vorbereiten wollen. Dafür schauen wir uns wie so oft hier den Ausschuss Gateway Standardisierung an, einer meiner Lieblingsquellen überhaupt. Der ist ja hier beim Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium und dort haben wir jetzt hier eine neue Angabesitzung zu den schwarzrobusten Telekommunikationsanbindungen und Workshop Geschäftsordnung 2024. Die Geschäftsordnung interessiert uns natürlich jetzt nicht so sehr, weil die eher für die Teilnehmer und für die internen Gäste relevant ist, für unsere Zuschauer nicht ganz so sehr. Wenn wir hier aufklappen, sehen wir dann, dass am 26. April eine Sitzung stattgefunden hat. Hier haben wir eine Niederschrift und dann zwei Präsentationen. Die Niederschrift müsst ihr nicht lesen. Da steht schlussendlich auch nur drin, es gab keine Beschlüsse, sondern es gab schlussendlich den Vortrag, den wir uns ja gleich mit Präsentation auch anschauen können. Und es gab Infos zur Änderung der Geschäftsordnung. Wer sich dafür interessiert, geht hier oben zur Organisationen-Ausschuss. Und da sieht man auch schon hier, aktuell vom 10. Mai, die Geschäftsordnung selbst, die Liste der Teilnehmer und die Datenverarbeitungseinwilligung. Klar, so Orga-Themen halt. Uns interessieren das aber die Sachen hier unten. Wie wir es ja noch von anderen Themen kennen, wie hier drüber, TR mit der 5, das ist die steuerbare Verbrauchseinrichtung. Das ist die Steuerbox, die CLS-Steuerbox, die jetzt gerade in der Zertifizierung ist. Die wurde hier im Ausschuss besprochen. Und davor verschiedene andere Aspekte, die ganz zentral sind im Smart Metering. Das ist jetzt also eines der nächsten großen Themen. Wir gehen in die erste Präsentation mal rein. Ich zoome mal so, dass wir noch das meiste sehen können. Erstmal so ein bisschen Orga-Kram. Hallo, hallo, hallo. Und dann haben wir hier eine wunderschöne Übersicht. Ich zoome mal so, dass wir das halbwegs dann vielleicht auch lesen können. Wo hier dann eben für die restlichen Monate bis zum Jahresende eine Roadmap zu sehen ist, mit der eine Ausarbeitung der technischen Richtlinien und Protection Profiles, also Schutzprofile, in die jeweils nächste Version angedeutet ist. Das heißt, wir werden hier die nächsten Monate bei diversen Arbeitsgruppen, hier Digitalisierung der Energiewende, Schwerpunkt Regulierung, Schwerpunkt Technik, Diskussionen zu den technischen Richtlinien und PPs sehen. Dann gibt es hier Release Candidates im Laufe des Jahres. Und dann Ende des Jahres, hier Dezember, die eigentliche Ausschusssitzung, bei der wahrscheinlich dann auch die Abstimmung und damit auch das spätere Inkrafttreten von neuen Versionen der technischen Richtlinien und PPs angedacht ist. Das heißt, wahrscheinlich Ende des Jahres geht es hier immer ordentlich voran. So, und dann, Moment, da werde ich mich vielleicht kurz zur Seite schieben, so herum, jetzt gucke ich nur in die falsche Richtung, ist nicht schlimm. Die Standardisierungsvorhaben für 2024 sind auch nicht uninteressant. Weiterhin Interoperabilität, also das Miteinanderarbeiten können der Anlagen. Hier lesen wir nochmal explizit Anwendungsprogrammierschnittstellen, also auch, dass die Software miteinander gut arbeiten kann, ist natürlich ein wichtiges Thema. Vielfachanbindung von Gateways liegt natürlich so auch in dem Kontext, dass wir am Anfang meistens ein 2-Meter-Gateway mit einem Stromzähler verbunden haben. Und das ist natürlich nicht in der Sache, das ist nicht besonders kosteneffizient. Und es soll darauf hinauslaufen, dass wir im Prinzip dutzende Zähler hier anbinden können an einen Gateway, das ist dann im Keller des Mehrfamilienhauses oder an irgendeiner Strominfrastrukturstelle im Einfamilienhausstraßenzug. Und dann sind da jeweils einzelne Zähler verbunden über das Local Meteorological Network, das Zählernetz praktisch vom Gateway. Und da spielt natürlich auch mit rein die Weiterentwicklung des Submetering, also Mehrspartenmessungen, dass wir eben nicht nur Strom, sondern auch Gas, Wärme, Wasser und vielleicht auch noch andere Sensoren hier gleich mitziehen wollen. Das ist ein riesen Kostenpunkt natürlich auch. Wenn wir es schaffen, zum Beispiel die Heizkostenverteiler eben immer per se oder das Gateway auch mit auszulesen und auch die Wasserzähler, wo wir ja sowieso über die Heizkostenverordnung und die entsprechende Wasserverordnung eine Fernauslesungspflicht mit haben, dann ist das natürlich super kosteneffizient. Wir sparen uns die Leute, die da vor Ort ablesen müssen. Dann können die auch was Sinnvolleres tun. Und die Messwerte kommen trotzdem definitiv auch fehlerfrei an. Da kann man sich auch nicht mehr verlesen. Und ähnliches. RLM-Einbaufälle, auch ein super wichtiges Thema. Also Industriekunden, die bisher einen Lastgang haben, die dann vielleicht auch über das Smart Meter Gateway und über die Tarifanwendungsfälle noch anders aufgelöste Informationen haben wollen für ihre eigene weitere Verarbeitung. Das kann ganz sinnvoll sein, um das eigene Verbrauchsverhalten, das Lastverhalten der Maschinen beim Industrieverbraucher und so weiter mit einzuschätzen und weiter zu optimieren. Gerade auch im Kontext von Energiemanagement-Systemen und Co. kann das eine wichtige Rolle spielen für das eigene Versorgungsportfolio. Viele Industrieunternehmen kaufen ja auch selbst Energiemengen direkt ein. Das kann dann eine viel, viel bessere Quelle noch sein, wenn man mit höher aufgelösten Daten entsprechend noch mehr arbeiten kann und die in die eigenen Prognosen zum Beispiel mit einarbeiten kann. Sichere Lieferkette, also wie kommt der Zähler, wie kommt das Gateway vor Ort hin, ist ein Riesenthema seit jeher. Sichere Fernsteuerbarkeit, das sind auch im Kontext 14a steuerbare Verbrauchsanrichtungen natürlich mittendrin. Und auch hier nochmal intelligente Tarife. Also schlussendlich die dynamischen Tarife und die variablen Netzingelt im nächsten Jahr, die bringen dann nun mal auch direkt eine große Veränderung mit in die Branche und das muss hier vielleicht noch weiter auch vorbereitet werden, also standardisiert werden. Wie wollen wir mit diesen Themen eigentlich umgehen? So, jetzt schiebe ich mich hier wieder zur Seite und wir scrollen wieder ein kleines bisschen runter. Hier ist dann nur dargestellt, wie die bisherige Geschäftsordnung Änderungen möglich machen würde von diesen technischen Richtlinien. Wir sehen viele Einzelschritte. Mit der neuen Geschäftsordnung weniger Einzelschritte. Das ist so das, was hier im Kern geändert werden sollte. Das wird hier nur nochmal weiter beschrieben. Können wir also drüber scrollen und sehen dann schon Tagesordnungspunkt 2, der eigentliche Vortrag zu dem Thema schwarzfallrobuste Telekommunikationsdienste. Und dann war diese Sitzung des Ausschusses, die einen halben Tag gedauert hat, auch schon wieder vorbei. Dafür gehen wir jetzt also in die nächste Präsentation. Aber können vielleicht nochmal ganz kurz vorher nachschauen beim VDE, unserem Normgeber für die Elektrotechnik, was denn schwarzfallfest wirklich bedeuten soll. Das bedeutet, dass die Funktion auch im Falle eines Stromausfalls gegeben ist. Für Netzbetreiber ist schwarzfallfeste Kommunikation besonders wichtig, damit sie das Netz betreiben, Fehler beheben und Störungen beseitigen können. Sie sollten also wissen, was ist im Netz. Welchen Zustand haben Betriebsmittel? Wie kann man die schön steuern und schalten? Was machen die Erzeugungsanlagen? Wo muss ich meine Leute hinschicken? Was müssen die machen, um auch Schäden zu beseitigen? Also ganz wichtige Themen. Und hier gibt es diverse weitere Erklärungen dazu. Und hier ist auch noch einmal die Erklärung zu 450 MHz, warum das eventuell sehr, sehr gut geeignet sein könnte, um das zu realisieren. Aber da greife ich jetzt vor. Die Präsentation, wir sehen es ja von BET und WIK, entsprechend von diesen Consulting-Häusern vorgetragen. Ein weiterer Fachgast war übrigens 450 Connect, also genau die Interessensvereinigung und Unternehmen, das Thema 450 MHz in Deutschland organisiert. Hier sind erstmal diverse textliche Themen, für die, die sich reinarbeiten wollen, ist das sicherlich interessant. Wir sehen auch hier schon mal den Hinweis auf allgemeine Telekommunikationsanbindungen, aber auch auf 450 MHz, was ja nun ein exklusives Frequenzband ist, was für die Energiewirtschaft genutzt werden kann. Das war früher in der Telekommunikation. Es sollte dann Richtung Militär gehen, eventuell. Aber man hat sich dann eben auch für entschieden, nee, die Energiewirtschaft kann das besser gebrauchen. Wir sehen aber auch sowas wie Anpassungsbedarf des Regulierungsrahmens. Da wird also aktuell diskutiert. Wer jetzt diesen ganzen Text hier nicht lesen will, da wo der rote Block ist, das sind immer die wichtigen Talking Points. Das heißt, hier wird nochmal darauf hingewiesen, es geht um Systemsicherheit im Schwarzfall, wie man systemrelevante Akteure und Anlagen hier immer noch sinnvoll dann auch in Zukunft noch einbinden kann, wenn das Ganze hochskaliert. Also wir auch deutschlandweit mit vielen, vielen dezentralen Erzeugern und Verbrauchern arbeiten wollen und auch Speichernlagen. Wie kann man das alles schön koordinieren? Und sehen dann so Punkte wie, mit fortschreitender Dezentralisierung des Energiesystems ergeben sich neue Herausforderungen für die Sicherstellung der Systemsicherheit. Worum geht es? Wir haben verschiedene Anlagen, wir haben bestimmte Gebäudestrukturen und es ändert sich sehr viel rund um Klimaschutz und Energiewende. Also ändert sich die Leistung, die jeweils an den Leitungen angefragt wird, durch auch eine höhere Anzahl von Teilnehmern. Und das ist natürlich für ein Stromnetz, was dimensioniert wurde auf Grundlage von Informationen von vor 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren, ist das jetzt natürlich ein Problem. Haben wir in Oranien-Bork ja kurz erst mitbekommen, dass da schlicht und einfach am Ende Fehlplanungen stattgefunden haben und nicht rechtzeitig genug angepasst wurde. Also, Häufigkeit von Leistungsausprägungen der Energiewendeanlagen ist ein riesiges Fragezeichen. Die Erwartungshaltung, die hier dargestellt wird, zeigt aber natürlich, wir werden mehr Strom verbrauchen, wir werden aber auch mehr Strom einspeisen, wir werden mehr Wärmepumpen haben, die Strom verbrauchen, wir werden mehr Immobil-Ladestationen haben, die Strom verbrauchen und die Worst-Case-Idee ist ja immer noch, dass wir einen Straßenzug haben mit ganz vielen Einfamilienhäusern und jedes Einzelne hat Wärmepumpe und Immobil-Wallbox und noch fünf Playstations und eine Poolheizung und alles wird gleichzeitig hochgefahren. Und alles mit Volllast zieht aus dem lokalen Niederspannungsnetz und das würde dann zusammenbrechen. Das ist so die Idee, die man dahinter hat. Wir wollen deswegen ja nicht nur mit 14a im Engpassfall runtersteuern können, also sozusagen dimmen können auf so und so viel Leistung, sondern wir wollen natürlich auch grundsätzlich mit dynamischen Stromtarifen, variablen Netzentgelten so Anreizsysteme schaffen, dass man in dem Moment, wo nun mal viel Strom da ist, jetzt gerne verbraucht, weil es ist dann günstiger. Und wenn gerade weniger Strom da ist, dann wird es teurer und damit werden viele sagen, entweder über eine Automatisierung jetzt eben nicht verbrauchen, sondern später. Oder werden das dann selbst auf der App sehen und sagen, na gut, dann schalte ich jetzt eben die Waschmaschine noch nicht ein, sondern eben erst in drei Stunden, wenn es dann wieder günstiger wird. Das ist eine sehr logische und im Alltag vielleicht auch gut unterbringbare Idee. Insbesondere, wenn wir ja jetzt sowieso in einer Zeit sind, in der Waschmaschinen WLAN haben irgendwie und Spielmaschinen und man irgendeine App dafür oft schon haben kann. Man braucht das ja nicht, aber man hat es oft genug, heute schon bei halbwegs modernen Anlagen und Maschinen. Und dann können die im Zweifel auch mittelfristig über so einen Weg vielleicht ferngesteuert werden. Das ist auch eine Idee, die sich über die nächsten zehn Jahre so richtig eben dann auch etablieren wird. Es geht ja nicht darum, morgen schon in einer Welt zu leben, in der wir alles so automatisiert haben. Das ist ja ein Schritt-für-Schritt-Weg. Dabei wollen wir also diese Schwarzfall-Festigkeit, also diese Fernsteuerbarkeit, auch im Blackout-Fall mit unseren intelligenten Messsystemen herbeiführen und erkennen eben, naja, wir haben Übertragungsnetzbetreiber, die haben im Zweifel dann ihre, ich sage schon fast mal Befehle, die sie dann auch an regionale Netzbetreiber geben. Die haben auch ihre eigenen Daten plus die Infos vom UNB und geben dann weiter. Lieber Messsystembetreiber, lieber Gateway-Administrator, schaltet mal was auf dem Gateway, eine Steuerung zum Beispiel, und das muss dann da auch ankommen. Bloß die dort vorhandenen steuerbaren Anlagen mit der noch nicht definierten Steuerbox müssen dann ja auch noch angesprochen werden können. Und dann heißt das im Kern, dass hier jede einzelne Anlage schwarzfallfest sein muss und dementsprechend hier dann auch darauf hingewiesen ist, dass alles, alle Anlagen eine Batteriepufferung brauchen. Ich überlege gerade, ob vielleicht, ja genau, ich mache mein Bild mal noch ein bisschen kleiner, alle Anlagen eine Batteriepufferung brauchen würden und das ist mit nur sehr hohem Aufwand vorstellbar. Da war es ja noch mal ein bisschen darüber gesprochen, ohne konkrete Vorgaben, was wäre dann der Fall? Ohne vorangestellte oder aktive Vorgaben verhalten sich Kundenanlagen in kritischen Systemsituationen nicht systemdienlich und potenziell schätzig. Wenn wir also nach dem Blackout gerade wieder hochfahren und jetzt würden alle Verbraucher sofort verbrauchen, dann wird das Netz vielleicht direkt wieder zusammenbrechen. Aktive Vorgaben. Aktive Vorgaben zum systemdienlichen Verhalten der Kundenanlagen setzen eine zuverlässige, priorisierte und nach Schwarzfall schnell wieder verfügbare Telekommunikationsanbindung voraus. Also die Idee wäre dann, Kundenanlagen wissen, wann sie jeweils in welcher Last wieder hochfahren sollen, damit das Systemdienlich, Netzdienlich ist, damit das Netz wieder hochfahren kann, in Ruhe sozusagen. Dafür müssen die aber nun mal aktiv angesteuert werden können, die ganze Zeit. Der Mittelweg wäre voreingestellte Vorgaben. Nach dem Schwarzfall fahre erst langsam, aber sicher hoch in einer definierten Kurve. Vielleicht ist die aber gar nicht das Beste. Vielleicht ist aktive Vorgabe, die Fernsteuerung, der bessere Weg. Dafür braucht man aber die Telekommunikation. So, und dann ist hier eben rausgekommen, wir müssen viele Anlagen mit einbinden. Und die Vor-Ort-Anlage beim Kunden, naja, die muss eigentlich in der Regel ja nicht schwarzfallfest sein. Aber eine Schwarzfall-robuste Anbindung, und da kommen wir dann wieder in die Definition, was da jeweils gemeint ist, wird dann normalerweise reichen. Das heißt, nach dem Schwarzfall so eine schnelle Erreichbarkeit und ein Hochfahren der flexiblen Kundenanlagen im Default-Modus sichergestellt werden. Also ein Weg zwischen dieser Voreinstellung und der aktiven Steuerung, je nachdem vielleicht wie leistungsstark eine Anlage auch jetzt ist, wäre so der Weg, den wir erstmal angehen können, wo wir die Kosteneffizienz noch so hoch wie möglich halten können. Und dann können wir am Ende eben sagen, naja, wir müssen hier auf jeden Fall klare Vorgaben schaffen. Wir müssen eine Idee davon haben, was wollen wir, was brauchen wir als Branche, was brauchen die Netzbetreiber, damit wir diese kritische Infrastruktur ordentlich betreiben können. Und dann kommen wir eben darauf hin, dass das TK-Netz schwarzfallfest sein muss. Also die gesamte Telekommunikation muss schwarzfallfest sein. Das ist, wie wir hier unten dann sehen können, aber oftmals nicht so unbedingt der Fall. Klassische DSL oder auch Powerline, Mobilfunk und Co. sind alle nur so hier und da. Safe, dann geht es aber immer noch die 450 MHz. Und das ist dann genau der Punkt. Öffentliche TK-Netze sind so im Kern drei Tage lang per Definition noch irgendwie betreibbar, solange es den Diesel gibt. Es gibt auch keine grundsätzliche Quality of Service. Es gibt also nicht diese Garantie, dass man so und so lange noch läuft. Das 450 MHz Netz ist grundsätzlich schwarzfallfest und mit Priorisierungsfunktion. Darüber könnten wir also sicherstellen, zu sagen, bestimmte Anlagen auf eine bestimmte Art und Weise steuern. Das Ergebnis ist also, eine schwarzfallfeste TK-Infrastruktur lässt sich unter den gegebenen regulatorischen und wirtschaftlichen Mineralbedingungen nur mit dem 450 MHz Netz aufbauen. Es ist keine Verkaufsveranstaltung für 450 MHz, weder die Ausschusssitzung noch das, was ich hier bespreche. Am Ende sagt diese Studie, dass das 450 MHz Netz der Weg ist, um schwarzfallfestigkeit zu haben. Und das ist durchaus eine interessante Erkenntnis, die jetzt aber nicht völlig überrascht, wenn man sich schon mal mit der Thematik beschäftigt hat. Hier ist, wie ihr sehen könnt, viel, viel Text und dann auch die Kontaktdaten der Studienersteller. Also das kann man sich ruhig mal anschauen. Beim VDE wird auch darauf hingewiesen, dass 450 MHz der Weg ist, um das hinzubekommen. Fordern alle Fachleute, 450 MHz brauchen wir dafür. Also das ist dann relativ, relativ klar. Ich werde euch auch mal die Seite von VDE und natürlich die vom Ausschuss selbst verlinken. Schaut euch das ruhig mal an. Im Ergebnis sind wir jetzt also da angekommen zu sagen, wir brauchen auf jeden Fall eine Kommunikationsinfrastruktur, die in der Lage ist, auch in diesem Worst-Case-Szenario zu laufen und unseren Wiederanlauf der Netze zu unterstützen. Es geht ja darum, nicht einfach nur in den Blindflug langsam aber sicher wieder hochzufahren und dann verbrauchen die großen Verbraucher sofort wieder mit maximaler Last. Das gerade anfahrende Netz wird wieder zu hoch belastet und Blackout ist wieder da. Wollen wir verhindern. Also soll das Netz langsam aber sicher hochfahren und währenddessen sollen dann langsam aber sicher die Verbraucher auch mit hochfahren. Weil ja gleichzeitig der Strom, der da ist, der soll ja auch verbraucht werden. Also so gleichmäßiges systemdienliches, netzdienliches Verhalten von allen Betroffenen. Was anscheinend nur so richtig easy und gut mit 450 Megahertz geht. Dann ist das erstmal so. Was denkt ihr dazu? Habt ihr Fragen oder Anmerkungen dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer liked das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.